Herzlich Willkommen zurück zu eurem neuen Part von Monster Hunter Relations Ultimate und heute schaffen heute werden wir einige Missionen im Schnelldurchlauf machen denn ich habe vor heute alle anrätige Missionen zu machen und wir fangen an mit wow das ist neu verletzt den Kamm wo hat der den Kamm kleine Erinnerung die folgt zuerst dann wird sich wohl jetzt noch weiter herausstrecken bis die drehende Quest vielleicht mal auftaucht den Kamm zerstören den Kamm die hat eine Nase, einen Schwanz, seine komischen Haare ich glaube man soll ja bald den Kamm die Haare zerstören die 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 Der Kampf wird ein bisschen lange dauern. Das heißt wirklich immer wie auf den Kopf zu gehen. Genau die falsche Seite. Und schon wieder. Leg deinen Kopf nicht immer so weit weg von mir, du. Nicht, ah, mh. So. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Ah, no. Das war's für heute. 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 Danke. Danke. Hat hat. Das war's für heute. Und... Ab jetzt wird's für heute. Das war's 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 für heute.